It's Yuki Time und damit herzlich willkommen zurück zum Event Freitag, Hashtag Event Freitag Und zwar gibt es heute ein richtig seltenes und geiles Pokémon und zwar ein Dianzi Ein original japanisches Event, was ich getauscht bekommen habe und zwar ist dieses Dianzi Shiny Es ist Shiny, okay? Ich wusste noch nicht mal, dass es das überhaupt in Shiny schon gibt Und ich habe mir mal ganz frech die Mega-Entwicklung angeguckt, deswegen auch der Dianzi Nid Normalerweise trägt es das Normaliowel, schreibt aber mal in die Kommentare, ob ihr das Normaliowel haben wollt oder lieber den Megastein Und ja, habe ich mir das mal schnell angeguckt, wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt mal schnell Ansonsten ist das wieder ein FC-Event, das heißt ihr postet euren FC, falls ich ihn noch nicht habe Ich habe diesmal keinen gelöscht, also keine Angst Ich muss aber noch einige registrieren und zwar auf Twitter haben wir ja einige geschrieben Und das habe ich auch alles fleißig retweetet, oder wie man das nennt, damit ich mir das wieder angucken kann Also schreibt das mal unbedingt in die Kommentare rein Und so sieht mega Dianzi aus, wenn es in Shiny ist, das Kleid ist dann nicht mehr weiß, sondern so Pinkfarben Ja, ich hoffe es hat euch gefallen, schreibt es in die Kommentare, ansonsten gibt es heute wieder einen Livestream Weil am Mittwoch ging es ja leider nicht und dann werde ich wahrscheinlich auch die Livestream-Zeiten ändern Und zwar aufs Wochenende verlegen Und folgt mir auf meinen Seiten Twitter, Instagram, Facebook oder halt hier YouTube Ich versuche mal eine geile Endcard zu erstellen Und macht's gut, bis dann, tschüss Ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe wir tauschen Und macht's gut, bis dann, tschüss Do it right, just do it Do it right, just do it